Hallo und willkommen bei BILDNER TV. Heute möchte ich mal wieder auf zahlreiche Fragen von Zuschauern eingehen, und zwar zum Thema Access. Eine große Frage war, wie kann ich in Access das Alter einer Person berechnen, wenn ich zum Beispiel in einer Adressliste ihren Geburtstag, das Geburtsdatum habe. Das ist gar nicht so einfach, wie man auf den ersten Blick meint, aber ich zeige euch, wie es funktioniert und welche Fallstricke ihr dabei beachten müsst. Hallo, ich bin Andi und ihr seid bei BILDNER TV, eurem Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Und heute möchte ich euch mal wieder etwas aus dem großen Access-Themenbereich zeigen, und zwar eine Frage, die ich schon mehrmals von unseren Zuschauern gestellt bekommen habe, und zwar, wie kann ich in Access das Alter einer Person berechnen in Jahren, wenn ich zum Beispiel den Geburtstag habe. Ja, das kann zum Beispiel praktisch sein, wenn ich überprüfen möchte, ob jemand volljährig ist, also das 18. Lebensjahr vollendet hat, oder auch für andere Datumsangaben, die ich in ähnlicher Art und Weise brauche. Ja, dafür gibt es eine Funktion in Microsoft Access, und zwar die Funktion DATDIV. Falls die jemand aus Excel kennen sollte, die ist ein bisschen anders, sie wird auch nur DATDIV, also ohne das E geschrieben, und ja, worauf ich achten muss, das schauen wir uns gleich an. Und zwar, ich habe hier eine Tabelle, habe hier mal meine Datenbank mit Namen und Geburtstag. Ich habe auch schon eine Abfrage erstellt, eine Geburtstagsliste, die öffne ich mal, Tabelle mach mal zu, meine Abfrage Geburtstagsliste, da drin taucht einfach nur auf Vorname, Nachname und der Geburtstag, und ich habe mal den Geburtsmonat rausgefiltert, das habe ich euch auch schon in einem vorangegangenen Video gezeigt, wie das funktioniert, und jetzt hätte ich hier gern das Alter. So, ich lasse mal noch hier gleich nach dem Monat noch sortieren aufsteigend, warum seht ihr gleich, und jetzt gebe ich hier in die neue Spalte die Funktion ein, die DATDIV. Dazu zoome ich näher ran, ihr könnt aber auch genauso gut hier oben den Generator verwenden, den ihr ja auch schon in anderen Videos von mir kennengelernt habt. So, und ich nenne das Ganze mal Alter 1, denn gleich vorweg, das wird noch nicht ganz das Ergebnis, das ich mir erwarte. Die Funktion heißt DATDIV, Klammer auf, und als erstes muss ich angeben, wie hätte ich gern die Differenz in Jahren, Monaten oder Tagen, und dazu schreibe ich einfach in Anführungszeichen 4 mal J oder 4 mal M oder 4 mal T für Jahr, Monat oder Tag. Ich möchte es in Jahren, also schreibe ich einfach 4 mal J, 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 Anführungszeichen, wieder schließen. Nächstes Argument, und da brauche ich das Ausgangsdatum, das habe ich in meiner Tabelle, nennt sich hier Geburtstag, sehe ich hier, also schreibe ich in eckigen Klammern, Geburtstag, das heißt, dann zieht er sich die Daten aus dieser Tabellenzelle raus, und wieder Strichpunkt, und jetzt brauche ich dann noch das Datum zu dem Stichtag, wo ich es berechnen möchte, da kann ich jetzt das Datum einfach reinschreiben, oder wenn ich zum Beispiel vom heutigen Datum ausgehen möchte, dann kann ich da die Funktion dafür verwenden, und die lautet in Microsoft Access Datum. Nicht wie in Excel heute, sondern einfach nur Datum. Ja, also schreibe ich hier Datum, Klammer auf, Klammer zu, dann wird als Zieldatum das heutige Datum, also bei uns der 13.04.2023, verwendet. Klammer zu, das war schon die ganze Funktion, dattiv, ok, und jetzt schauen wir uns das Ergebnis an. Ja, sieht er soweit ganz gut aus, also ich habe hier die Heidi Brünn, die ist heuer 54 Jahre alt. Ja, und das ist auch genau die Aussage, heuer, dieses Jahr, 2023, wird sie oder ist sie 54 Jahre alt geworden, denn was Dattiv nicht macht, ist, tagesgenau zu unterscheiden. Das könnte es nur, wenn ich in Tagen rechne, aber dann steht hier das Alter auch nicht in Jahren, sondern in Tagen, was mir auch nicht wirklich weiterhilft. Also habe ich hier ein kleines Problem. Ja, alle, die im Monat Januar, Februar und März geboren sind, da stimmt das Ergebnis, das ist ihr tatsächliches Alter, und ab April, also genauer gesagt ab heutigem Datum, ab 13. April, da werden die erst das Alter erreichen, in diesem Jahr. Das heißt, hier zum Beispiel unten der Tobias Wank, der wird im Mai 40. Das heißt, er ist jetzt aber noch 39. Und natürlich für eine tagesgenaue Bestimmung ist das schlecht, gerade wenn es um Volljährigkeit geht. Aber da gibt es noch einen kleinen Trick. Ich muss einfach zu meiner Funktion noch eine Überprüfung hinzufügen, die überprüft, ob das Datum heute, vor oder nach dem Geburtsdatum liegt, wenn ich das Jahr weglasse. Also ist Tag und Monat vom heutigen Datum, zum Beispiel größer oder kleiner, als das Tag und das Monat vom Geburtsdatum. Und das füge ich jetzt noch ein. Das heißt, ich wechsle zurück in meine Ansicht und ich habe schon mal die komplette Formel vorbereitet. Die füge ich mal daneben ein. Ich könnte jetzt auch meine Alter 1 noch abändern, aber ich will, dass ihr den Unterschied seht. Deswegen füge ich daneben die nochmal ein. Und zwar, wenn ihr schaut, ich mache die Funktion Alter 2 und die ist am Anfang genau dasselbe. Date darf in Jahren vom Geburtstag ausgehend das heutige Datum nehmen. Aber jetzt lasse ich hier was dazufügen. Plus, und zwar wandle ich das heutige Datum in das Format um Monat und Tag. Und da lasse ich überprüfen, ob das kleiner ist, als vom Geburtstag der Monat und Tag. Und da ist es so, da kommt als Ergebnis raus, wenn es ja stimmt, dass das kleiner ist, dann kommt als Ergebnis 0 raus. Und wenn es falsch ist, dann kommt als Ergebnis minus 1 in Access raus. Ja, und das mache ich mir zunutze, dass einfach noch, wenn das Datum sozusagen noch nicht erreicht ist, dass einfach noch minus 1 von dem Jahr abgezogen wird. Diese ganze Funktion, so wie sie hier steht, die schreibe ich euch natürlich auch unten nochmal unter das Video rein. Denn woher soll man sowas wissen? Da muss man schon länger drüber nachdenken, bis man mal auf sowas kommt. Aber dafür gibt es ja schließlich Informationsquellen wie einerseits YouTube, aber andererseits natürlich auch unsere Bücher, in denen ihr solche Tipps und Tricks natürlich auch findet, wie hier Access für Einsteiger Schritt für Schritt zur Datenbank. Ihr findet das Buch auf www.bildnerverlag.de und dort könnt ihr euch sogar vier komplett gratis kostenlose Kapitel herunterladen. Ja, und mit etwas Glück könnt ihr das Buch auch gewinnen. Einfach einen Kommentar da lassen und schon nehmt ihr an der wöchentlichen Gewinnspielziehung teil. So, und jetzt wollen wir uns das Ergebnis natürlich noch anschauen. Ich habe jetzt diese erweiterte Funktion hier eingefügt. Gehe jetzt hier in meine Ansicht und wenn wir uns das Ganze jetzt hier anschauen, ich habe jetzt extra hier mal Alter 1 und 2 und wenn wir das mal vergleichen, dann seht ihr, alle die jetzt im Januar, Februar, März haben, da sind die Daten identisch. Also, aber ab April und vor allem im Mai, da wird es dann unterschiedlich. Zum Beispiel da ab links 30.05. Ja, der wird heuer 44, aber aktuell, da wir Mai noch nicht haben, ist er noch 43. Also ihr seht, mit ein bisschen Umwegen kann ich auch in Microsoft Access das exakte Alter in Jahren berechnen lassen. Das funktioniert. Nicht ganz so einfach und schön wie in Excel, aber es geht. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann ab damit in die Kommentare. Ja und ansonsten freut es mich, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Damit unterstützt ihr uns. Natürlich noch mehr unterstützt ihr uns, wenn ihr euch einfach auch mal für ein Buch auf unserer Webseite entscheidet. Bis zum nächsten Mal hier bei BILDNER TV. Ciao.